Vize-Freitag sagt man hier bei uns in der Wolfsdorfer Straße 100, wenn wir Donnerstag haben, 21 Uhr und wir legen los mit der Putsch-Show! Ich wollte gerade schon sagen Putzparty. Ist es ja im Endeffekt. Jede Woche mache ich hier meine Party und es geht ums Putzen. Einfach mal ein bisschen anders ausgelegt. Daumen hoch, wenn dir meine Show hier gefällt, darfst du gerne jetzt schon auf diesen kleinen Daumen drücken und empfehle mich bitte weiter. Wenn du noch nicht den Kanal abonniert hast, dann mach das. Ich freue mich. Somit zeigst du mir auch, dass es sich lohnt, weshalb ich das hier eigentlich mache. So ein Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Andere bringen ja immer so eine Flasche Sekt mit, wenn man irgendwo eingeladen ist. Ach Katrin, das hast du so schön gemacht. Hier reicht mir einfach nur ein Klick auf den Daumen hoch. Worum geht es in meiner Putsch-Show? Ums Putzen mit Schimacko. Das sind die Produkte, die ich vor über acht Jahren lieben gelernt habe und sehr schnell gesagt habe, Leute, das ist so geil. Wenn ich das nicht weiterempfehle, ist das unterlassene Hilfeleistung. Und es ist so viel einfacher geworden mit den Produkten. Und das zeige ich dir hier jede Woche. Und natürlich auch gehe ich auf deine Fragen und die Fotos ein, die du mir jede Woche schickst. Vielen lieben Dank dafür. Starten wir jetzt damit. Los geht's. Und es sind viele, viele. Ulrich ist auch da. Hallöchen. Komm her, putzen macht Spaß. Ich ziehe das jetzt immer an. Übrigens, Schatz, hätte ich gern ein zweites, damit ich das nicht jede Woche waschen muss. Die magischen Worte fehlen. Was denn? Falsche Ton. Jetzt wollte er cool sein. Steht so da. Und fällt doch nicht mal auf, dass er so einen falschen Ton drückt. Das ist echt schwer. Ja, das sind zwei, vier, sechs, acht Knöpfe. Die doppelt belegt sind. Die doppelt. Und hier habe ich... Ja, total. Komm, du bist... Zwei, vier, sechs... Und ich gucke hier nur und rede in die Kamera, wo mir tausende von Leuten zugucken. Und man hört hier nur Stimme aus dem Auf. War so schön. Ich habe die Tage ja mit dir telefoniert, Sirike. Und dann schöne Grüße an den Mann im Hintergrund. Habe ich direkt ausgerichtet. Er hat sich auch sehr gefreut. Heidi ist auch da. Guten Abend. Schreibt mir doch mal bitte mal in den Chat, wer von euch... Und bitte ehrlich sein. Hand aufs Herz. Wer entkalkt regelmäßig seine Kaffeemaschine? Und da rede ich nicht so, oh, wir haben schon wieder Schaltjahr, sondern mindestens zweimal im Jahr. Empfehlung ist sogar viermal. Schreibt mir das mal in den Chat. Interessiert mich mal. Machen wir mal so eine kleine Frage, Runde. Viele, viele Fotos habe ich bekommen. Gabi Dance ist auch dabei. Los geht's. Nummer eins. Das ist von der Melanie. Melanie. Nee, doch. Melanie, das ist die deutsche Gusto. Das ist nämlich das Foto gewesen, was das Ganze ins Rollen gebracht hat. Darf ich auch meine deutsche Gusto mit unserem, also mit dem Kalk-Ex von Jamako entkalken. Jetzt weiß ich, ja, das geht. Wir selber haben aber eine Siebträgermaschine und keine Kapselmaschine. Also bin ich hingegangen und habe einfach mal meine Mädels in der Gruppe gefragt. Leute, ich weiß, dass das geht. Habt ihr Erfahrung. Und dann geht's los. Ich will nicht alles vorlesen. Ich kann nur von der deutsche Gusto sagen, dass es bei der auch ausgezeichnet funktioniert. Habe es schon mehrfach mit Kalk-Ex gemacht. Mein Papa hat seinen Krups-Vollautomat auch schon mehrfach mit unserem Kalk-Ex gereinigt. Keine Probleme. Senseo und Nespresso ohne Probleme. Also wir machen hier Vollwerbung. Und mein Vollautomaten auch, obwohl die jeweils ihre Produkte empfehlen. Das ist richtig. Was haben wir noch hier? Wer hat noch geantwortet? Da kam noch eine schöne. Also Wassermenge für die Jura. Nächstes. Wir haben alle hier dabei. Das ging auch gut. Nächstes schreibt. Da nimmt sie 50 Milliliter. Bei einer Jura lässt meine Schwiegermutter einen vollen Tank mit Kalk-Ex-Lösung regelmäßig einmal durchlaufen. Zieht quasi Espressi ohne Kaffee und alle anderen Programme, bis der Tank leer ist. Damit das Wasser nachfüllen zweimal. Ihre Jura ist 25 Jahre alt. Seit sie das macht, gibt es besseres Crema. Also, jegliche Kaffeemaschine, glaube ich, habe ich jetzt genannt. Es funktioniert. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, dann müssen wir einfach mal ein Video zumachen. Scheint ja Thema zu sein, das zu entkalken. Die Ersten haben schon geschrieben, oder? Wer entkalkt wie? Dirk, du musst ein bisschen hinterher sein. Tassimus. Die hatten wir noch nicht erwähnt. Die hatten wir auch noch nicht. Vierteljährlich. Auch eine Jura. Ja. Ich habe mir schon gedacht, außerdem, wer hat sich vielleicht jetzt zum Black Friday einen neuen Kaffee-Vollautomaten gewünscht oder geleistet oder so eine PET-Maschine. Nächstes Foto. Kommt direkt von der Kollegin. Funktioniert super. Das ist die von Stibo. Ja, ganz außen im Bild steht die Maschine, aber die hat die komplett auseinandergenommen. Dankeschön dafür. Also Video dazu gibt es gleich. Und bitte bleibt dran. Ich habe einen Wahnsinnspreisvergleich zum Ende hin. Ein Preisvergleich zwischen unserem Kaigex Plus und einem empfohlenen Entkalker extra für Kaffeepad-Maschinen. Oder überhaupt Kaffeemaschinen. Auf jeden Fall dranbleiben. Gibt es nach dem Video. Bleiben wir noch bei den Fotos. Denn die sind ja hier wichtig. Ihr schickt sie mir. Das kam jetzt von der Yvonne. Genau. Das Foto ist von der Yvonne mit der Bitte, Katrin, Clean Stick Plus, also 65 Zentimeter Staubschwert. Passt da nicht rein. Ja, also ihr seht schon, das ist ein sehr alter Heizkörper, sehr schmal. Yvonne, falls du das siehst, ich konnte in unserem Team noch einen 60 Zentimeter Clean Stick in gelb, blau und grün auftreiben. Die passen da auf jeden Fall rein. Es ist aber auch eng. Und mit dem Clean Stick Mini, der geht halt nicht bis unten hindurch. Also Clean Stick auf jeden Fall, aber 35 Zentimeter, der ist halt auf der Hälfte Schluss. Da müsste man von unten noch, wir wollen es ja so einfach wie möglich machen. Nächstes Foto. Silkes Mann hat eine Senseo. Jetzt haben wir es auch. Die hatten wir früher auch, die Senseo. Die konnte ich auch bedienen. Heute nicht mehr. Ja, was? Oh, das ist ja lecker. Hier ist das Problem im Raum. Ich kriege den Teppich oben nicht abgesaugt. Hast du was? Tada! Unsere Silikonbürste. Und das Foto kam mit den Worten, ich hätte am liebsten direkt die Schere geholt und die Haare abgeschnitten. Weil sie hat sich schon beschwert, dass da viele Haare drin sind. Aber ich unterstelle einfach mal, dass so viele waren. Sieht man erst, wenn man sie mit der Silikonbürste rausgeholt hat. Toller Einsatzort. Passendes Foto kommt als nächstes von der Gabi, von dir, liebe Gabi. Ja, Gabi hat nämlich ihren gelben Staubhandschuh damit sauber gemacht. Geht auch. Ich mache es immer sehr gerne bei der gelben Bodenfaser, bevor ich die ausschlage. Da bekommt ihr halt schon viel runter, warum direkt in die Waschmaschine schmeißen. Ey, wir reden hier von Staub. Den kriege ich mir auch weggepustet, ja. Dann ist er nur woanders. Ach, wenn dir meine Witze gefallen, ne. Daumen oben da lassen. Ich bin heute gut drauf. Ich bin heute super drauf, Leute. Super drauf. Fangen Sie sicher gleich noch an zu singen. Gut. Noch eins. Ja. Oh ja, das ist von der Julia. Das ist erklärungsbedürftig. Meine Kolleginnen machen hier und da noch WhatsApp-Chat-Partys. Und nach der Party bekommt meine Kollegin diesen Chat-Verlauf. Sagt sie, Katrin, ich muss ihr das zeigen, so lustig. Kundin schreibt, für mich Lachs. Sie wollte eigentlich nur erstmal Daumen hoch schicken nach dem Motto, habe ich bekommen die Nachricht, melde ich mich. Hatte aber in ihrem Verlauf noch das Emoji Fisch. Also das ist ein Fisch-Geschicht. Dann kommt die Frage, wie heiß? 60 Grad. Und schön dann die Antwort, das ist eine gute Frage, die Antwort, sage ich dir, wenn ich die Frage verstehe. Sie hat dann angerufen, es ging halt vorher nicht wegen der Kinder. Und es stellte sich heraus, die Dame möchte einfach nur unsere Profi- und Trockentücher in Korallfarben, Lachsfarben. Und wie heiß dürfen die gewaschen werden? Bis zu 60 Grad. Ist lustig. Also sie hat sich... Sprachnachricht hat die mir sehr herzlich weggeschmissen. Das passt ja. Was? Lachs hat eine Kerntemperatur von 60 Grad. 60 Grad. Ah. Ja. Kerntemperatur hier. Es geht hier nicht um Kochrezepte. Was ich damit aber sagen will, das passiert, wenn man halt sich kurz austauscht. Deswegen rufe ich dich an, wenn du das erste Mal bei mir bestellst. Damit ich sowas im Nachhinein verstehen kann. Jeder hat ja eine andere Sprache. Kommen wir jetzt zu ihr hier. Guck mal, ich habe sie mir eben nochmal... Oh, mein Papa noch. Oh, wer mir hier auf Instagram oder auf WhatsApp folgt. Boah. Warte, Moment, Moment, Moment. Du, mach dann immer... Hat schon eine Brille an. Das ist meine WhatsApp-Business-Nummer. Das sind so viele Knöpfe. Komm, beschwer dich nicht. Meinst du, wie viel Reiniger ich auswendig weiß? Unter der Nummer erreichst du mich und darfst mir natürlich auch deine Fotos schicken. Wie zum Beispiel das mit der Heizung. Damit ich einfach auch weiß, worum es geht und mir etwas vorstellen kann. Oh, ich habe die anderen Fotos vergessen. Die gibt es dann nächste Woche. Mit dem Steinchenboden. Ich muss mir direkt aufschreiben, Leute. Steinchenboden. Das ist geil. Da habe ich mal richtig erstmal recherchieren müssen. Also, darüber kam mir auch das Foto von der Deutsche Gusto und daraufhin das Video. Aber erstmal mein Vater. Der steht hier die Tage und sagt, ich gehe jetzt nochmal raus, mache die Autos. Kam mir hier der erste Schnee runter. Im Rheinland. Im Rheinland. Chaos. Chaos auf den Straßen. Eifel dicht. Ich sage, was willst du machen? Die Gummidichtung vom Auto. Ja, dazu gibt es sogar ein Video von Gimacko. Also von mir. Von Katrin Beck TV. Weil das bei unserem alten Auto auch ein Problem war. Wir hatten nämlich an dem alten Auto eine Schiebetür. Und wenn da der Gummi eingefroren war, ja, da machst du alles, nur nicht schieben. Da steigst du von vorne rein und gehst hinten rum. Oder durch den Kofferraum. Also habe ich gesagt, das funktioniert. Papa hat noch dreimal nachgefragt, ob es wirklich funktioniert. Habe ich ihm gezeigt. Und dann habe ich ihn selber machen lassen. Müssen wir ein bisschen schief gucken. Weil ich hatte es hochkant gefilmt. Guck mal hier. Schön auf das graue Pad. Die Kunststoffflüge drauf. Die Flasche ist übrigens fast leer. Hat ihm die anderen Autos auch noch gemacht. Hat anscheinend funktioniert. Der wollte Vaseline nehmen. Das ist doch voll die Sauerei. Bleibst du nachher mal mit einer Jacke hängen, hast du direkt Fettflecken drauf. Hier nicht. Das bleibt auf dem Gummi. Danach ist er noch mit dem Profituch hinterhergegangen. Das habe ich nicht mehr gefilmt. Aber war das lustig. Deswegen. Auch hier zu Hause Familienmitglieder müssen alle dran glauben. Das waren die Bilder und die Fragen der Woche von euch. Bitte schickt mir weiter. Das macht mir so einen Spaß. Allein dieses Recherchieren. Und es lohnt sich nächste Woche einzuschalten. Dann weißt du auch, was ein Steinchenboden ist. Da reden wir später drüber. Jetzt kommt das Video zu ihr hier. Die Padmaschine Chibu Kapsel. Nein, wie heißt? Ich habe sie aufgeschrieben. Cafissimo Easy von Chibu. Los geht's. Also, um sie hier geht es. Du brauchst im Endeffekt Wasser, unser Kaik X Plus und einen leeren Behälter. Ich habe hier ein Glas genommen. Hinten steht die Dosierung drauf. 50 Milliliter auf 1 Liter. Ich habe vorher gemessen. Hier gehen 600 Milliliter rein. Deswegen habe ich ein bisschen weniger genommen. Einfach hinten reinschütten. Die Maschine ist zwar eingestöpselt, aber aus. Auch nicht im Standby-Modus, sondern komplett aus. Da, bis maximal gefüllt. Oben bitte einmal schließen. Dann unten dieses Fach wegnehmen, damit das Glas drunter passt. Und dann beide Knöpfe gedrückt halten. Das steht so in der Bedienungsanleitung. Dann startet nämlich das Entkalkungsprogramm. Dann auf Expressi. Ja, und jetzt warten. Das läuft 25 Minuten, aber immer mal wieder. Dann ist wieder Pause. Dann läuft wieder das Glas voll. Dann wieder leeren. Ungefähr 25 Minuten. Dann kommt irgendwann ein Piepsgeräusch. Dann habe ich alles rausgenommen. Das habe ich dann im Spülbecken gereinigt. Habe klares Wasser hinten nochmal reingeschüttet. Wieder drunter. Und dann einfach ein Espressi gestartet. Auch wieder gewartet. Oh, das hat Spaß gemacht. Ja. Viel gewartet. Yeah. Ups. Und da war es dann auch schon fertig. Also, ich glaube, das war... Das läuft dann auch komplett durch. Natürlich bin ich mit dem Lappen nochmal drüber gegangen. Alles schön gespült, abgetrocknet. Tada. Das war's. Mehr ist es nicht. Ja, es dauert 25 Minuten. Aber wie schnell gehen bitte 25 Minuten? Wenn man auf dem Handy rumflitscht. Setzt man sich einfach daneben, zwischendurch mal. Ich glaube, ich habe vier, fünf Mal das Glas geleert. Reicht. Man kann alte Folgen von der Putzshow gucken. Zum Beispiel, ach Dirk, du bist super. Alte Folgen von der Putzshow. Wie man zum Beispiel die Gummidichtung beim Auto wieder auf Vordermann kriegt und schön bekommt. So, folgende Produkte habe ich verwendet. Und das geht schnell. Leute, das geht richtig schnell. Also unbedingt dranbleiben. Ich zeige dir gleich noch den Preisvergleich, warum das so wahnsinnig günstig ist, mit unserem Kalk-X Plus zu entkalken. Wo ist er? Da. Im Regal. Da ist er. Die grüne Flasche. Mit Sicherheitsverschluss. Und hier hinten, könnt ihr sehen, da ist die Dosierung. Bis hierhin 50 und dann immer 50 Milliliter. Bitte nicht sprühen. Darf nicht gesprüht werden, wenn du sie im Badezimmer in der Dusche verwendest. Und wenn du so richtig viel brauchst. Weil es geht natürlich auch. Der Wasserkocher. Wo haben wir noch entkalkt? Wir haben auch unseren Topf entkalkt. Armaturen. Die Armaturen, Duschkopf, Duschkopf. Ach, hier übrigens bei uns im Gästeklo, ne? Bevor ich es nicht wieder vergesse, kann ich sagen. Wenn ich da auf der Toilette sitze, sitze ich genau so, dass ich auf den hier vom Wasserhahn gucke. Das müssen wir auch abmachen. Perlator. Perlator, danke. Der ist. Und wir haben weiches Wasser. Aber du musst mir mal zeigen, ich den abmache. So. Zwei Liter Kanister, falls es dann für dich ein bisschen mehr sein sollte. Den gibt es auch. Und im Moment, guck mal, ob ich sie alle auf den Arm kriege, gibt es unsere Gemaco Favorites. Das sind sechs unserer gängigsten Reiniger. Ich kriege sie nicht alle in die Hand. Unter anderem ist aber auch unser Kalk-Eggs Plus dabei in süßen 250ml Flaschen inklusive Pumpen. Sechs Flaschen, fünf Pumpen, weil der ja nicht, Kalk-Eggs, nicht gepumpt werden darf. Und das ist richtig günstig. Gucken wir mal einen Preisvergleich. Yeah. Erstmal zum Thema Entkalken. Auf der Recherche, wie ich denn die Chibo Kaffeemaschine entkalke, also wo das Entkalkungsprogramm liegt, habe ich mir selber ein Tutorial reingeguckt, angeguckt von Chibo. Und da wurde die Firma Swiss Durgul. Durgul, Durgul. Machen wir die erste. Ja, blende mal ein. Jetzt kommt mal eine Frage. Ach so. Hast du den Wasserbehälter extra gereinigt? Äh, nee, ich habe den ausgespült. Also ich bin nachher nochmal, ja, habe ich auch. Ach so Silke, du hast ja eben gefragt. Ich bin nochmal mit dem Sprudelbutler rein. Ja. Aber das mache ich ja bei uns sowieso mal regelmäßig. So sieht übrigens unser Sprudelbutler ohne Faser aus. Gehen wir mal auf die andere Kamera. So, mal schwarzer Hintergrund. Ne, hier vorne ist gebogen. Der Rest ist sehr stabil. Hier kann ich festhalten. So sieht er aus. Ohne Faser. Und ja, ich habe den Behälter in dem Fall nochmal sauber gemacht. Aber auch nur, weil ich habe es mir ja ausgeliehen. Ne, und sowas gebe ich natürlich dann auch komplett gereinigt zurück. Aber das gehört sowieso dazu, wenn ich die allgemein nutze. Entkalkungsprogramm ist kein Reinigungsprogramm. Das bitte unterscheiden. Also das Video habe ich mir angeguckt. Super. Guckt mal hier, jetzt ist mal blattnass hier. Mäh! Naja, da unten brauche ich jetzt nur noch, ne? Genau. Das Video habe ich mir angeguckt. Swiss Dogul. Guckt mal bitte. Der Preisvergleich. Und zwar. Was kostet eine Entkalkung? Wenn ich halt den empfohlenen Reiniger nehme von Swiss Dogul. Die gibt es immer im Doppelpack. Ich habe mir hier einen Preis genommen, der in der Drogerie aktuell zu bezahlen ist. Das ist roundabout. Bei Amazon ein bisschen billiger. Rauf, runter. Ja? Aber, dass wir mal eine Zahl haben zum Messen, kostet im Doppelpack 6,95 Euro. Jede Flasche 125 Milliliter, eine Flasche, eine Anwendung. Geht in den Wassertank rein, wird aufgefüllt. Ohne Einwirkzeit. Und dann kostet ein Vorgang 3,48 Euro. Das ist das Zweieinhalbfache von dem, was es kostet, wenn du entkalkst mit unserem Kalk-Ex-Plus. Das muss man sich mal vorstellen, das Zweieinhalbfache. Hier sind 500 Milliliter drin, aber du brauchst ja maximal 50 Milliliter. Weil ich kenne keine Kaffeemaschine, wo mehr als ein Liter Fassungsvermögen reingeht. Hier habe ich sogar nur 600, also bin sogar noch länger, würde ich mit der Flasche hinkommen. Lösung vorher ansetzen, reinschütten in den Wassertank, auch keine Einwirkzeit. Deswegen dauert der Vorgang ja so lange, weil der pumpt immer an. Hält, hält, hält und dann kommt es hinten wieder raus. Vorne. Kostet ein Vorgang 1,39 Euro. Vielleicht brauchst du ja ein gutes Argument für den Herrn zu Hause. Schatz, die Kaffeemaschine, überleg mal, was die gekostet hat. Stell dir mal vor, die geht jetzt kaputt. Dann müssen wir die einfach öfter mal entkalken. Und es ist so einfach und so günstig. Okay, ich habe noch eine Rechnung dabei. Noch? Komm, ein bisschen ein paar Zahlen haben wir noch. Wenn du hingehst und sagst, ich finde die Reiniger von Gemakko super, ich habe noch nicht alle, ich hole mir mal die gängigsten. Dann sind das hier auf der blauen Seite. Kraftreiniger, Intensivreiniger, Kalker, Explos, Sanitärreiniger, Küchenhygienereiniger, Glasreiniger und fünfmal eine Schaumpumpe. Kostet das Ganze 63,90 Euro. Kaufst du dir aber jetzt klein, die Favorites, die Hälfte, sind sie günstiger als die Hälfte. Also selbst wenn du die zweimal kaufst, bist du immer noch günstiger, als wenn du dir die Flaschen in groß kaufst. Ist jetzt natürlich jetzt mehr Müll. Es geht ja darum, dass wir sie erstmal testen. Aber mir war halt wichtig, dir einmal zu zeigen, was du sparen kannst. Alles zu finden in unserem Online-Shop auf... Andere Seite. Ja, weil da sind immer die Fotos und da... Einfach sauber24.de Gut. Ich habe anfänglich noch zwei Fragen. Guck mal in den Chat, ich habe mir was aufgestimmt. Es sind noch Fragen da. Ja, ich habe auch noch zwei. Wie bekomme ich Kalkflecken um den Wasserhahn im Bad weg? Auch mit Kalk-Ecks? Ja. Wichtig, den Kalk-Ecks bitte nicht pur benutzen. Immer verdünnt. Und beim Kalk-Ecks, stell dir das jetzt mal hier in Grün vor. Oder in Blau. Den habe ich in der Wäsche, ne? Ja. Machst du den Clean-Stick, die Faser nass, tunkst es ein mit ein bisschen Kalk-Ecks und dann legst du das rum. Und da gibt es sogar einen coolen Trick. Ich gucke doch mal, ob ich die grüne habe. Warte. Ich bin sofort wieder da. Vielleicht habe ich noch einen hier. Ne, das ist der gelbe. Ach, das ist ja auch... Gelb ist ja auch nicht so, ne? Ne, ich muss mit der weißen. Ich habe die, ne? Wäsche. Ach, da bin ich. Genau. Und zwar, kleiner Trick 17. Wenn du das um den Hahn legst, kannst du das hier durch die Schlaufe ziehen. So, stell dir vor, das ist hier der, das ist der Hahn, ne? Und dann kann man das schön ranziehen. Und dann bleibt das auch da. Cool? Cool, cool. Okay. Das funktioniert. Ich tendiere aber dann natürlich ganz klar grüne Faser oder besser sogar noch blaue Faser. Funktioniert. Noch eine Frage? Ja. Kann man mit dem Putzmittel auch Sensity-Lampen sauber machen? Sensity. Hast du mal ein Foto für mich an meine... Kannst du mal die Nummer? Sensity. Lampe. Wie wird das Sensity? S-C-E-N-T-S-Y. Moment, Moment, noch mal. S-C-E-N-T-S-Y. Sensi. Ach, die Sensi. Das Sensi-Duftlampen. Sensi. Süß, Schatz. Ne, weißt du nicht. Das ist der andere. Gute Frage. Ich meine, es kommt auf das Material an. Aber wie sollen Kalkflecken an die Sensi-Duftlampe kommen? Die laufen ja elektrisch, oder nicht? Oder ist das mit Wasserdampf? Da schreib mir mal mehr. Hast du die Nummer eingeblendet? Von wem kam die Frage denn? Von SU. SU. Warte, warte, warte. Südburg. So. Also. Sensi Lampensau, Mann. Nächste Frage? Ja. Lieber, Moment. SU. Schick mir mal bitte ein Foto der Lampe an meine Nummer. Gucke ich gleich gerne noch, ansonsten morgen früh. Wasserhandbad auch mit Kalkex. Das haben wir gelöst von Ulrike. Elke, ich lese es gerade mit. Elke, Elke ist die nächste. Was mache ich bei der Saeco mit den Bohnen? Ja, raus. Also da bitte. Schaut euch die Bedienungsanleitung an. Was anderes mache ich auch nicht. Also ich lese auch immer die Angaben vom Hersteller, die Empfehlungen des Herstellers. Was sagt Saeco, wie ein Reinigungs- oder Entkalkungsprogramm läuft? Also Elke, wenn du mir mal schreibst, was das genau für eine Art der Maschine ist. Es gibt ja viele von Saeco. Aber ich bin der Meinung, Bohnen raus. Läuft doch durch. Oder nicht? Wo holt die Saeco die Bohnen? Weißt du aber, was ich mal machen kann, Elke? Wir haben einen Barista oben bei uns am Stellwerk. Den frage ich mal. Lass dir mal eine Flasche da. So was nennt man. Guten Tag, Sie haben so tolle Kaffeemaschinen. Was empfehlen Sie Ihren Kunden denn zum Entkalken? Ach, Musik hat frei. Ich hab da was. So was nennt man Kaltakquise. Gabi schreibt noch. Ich hab mit Besteller die Füllknalleflaschen immer wieder auf, ist handlicher. Ja, da bin ich bei dir. Wenn es zum Beispiel hier um den Küchenhygienereiniger, aber Kraftreiniger, wie oft müsste ich dann in den Keller laufen, um ihn nachzufüllen? Da bin ich ja mit der 500ml Flasche schon sehr wenig dran. Zwei Fragen, die hab ich eben vergessen, weil ich kein Foto dazu hab. Eine neue liebe Kundin, die Sabine, hatte mich gefragt, darf man die Tücher mit Ariel Potts waschen? Das sind diese Kaukissen, diese komischen, ihr wisst was ich meine, diese Waschmittel-Potts halt. Wo immer dran steht, bitte weg von Kindern und so. Grundsätzlich ist Flüssig- oder Pulverwaschmittel möglich. Bei Ariel Potts hab ich aber jetzt beispielsweise nichts gefunden, was genau da drin ist. Wenn der Weißspüler mit drin ist und einer dieser drei Kammern dann nicht, dann bitte ein handelsübliches Waschmittel. Egal ob Flüssig oder Pulver nehmen, aber bitte keinen Weißspüler. Und bei den Potts, ich bin mir nicht sicher, was da drin ist. Und noch eine Frage mit der Gemakko-Fußmatte. Oh, da dürft ihr mir mal schreiben. Wie trocknet ihr denn eure Gemakko-Fußmatte? Also bei uns geht die, ah nee, ich sag nix. Ich muss ja mal ein bisschen warten, bis ihr geschrieben habt. Aber ich find's super, siehste, Thema Entkalken ist was. Und ich möchte nicht mal hören, eine De'Longhi hatten wir nicht, ne, übrigens. Ich guck mal gerade, ob wir alle Marken genannt haben. Vielleicht ist das so ein... Eine Sensi Diffuser. Diffuser. Wird ausländisch ausgesprochen? Diffuser? Diffuser. Diffuser. Okay, Elke. Ja, schau dir mal an. Ja. Das ist ein Vorhaber. Ulrike hat eine De'Longhi. Jetzt haben wir sie. Warte, da hab ich bald alle durch. Es gibt wohl auch eine von WMF, von Krupps noch. Wir hatten auch eine Gacha. Stimmt, hatten wir auch. Und das Witzige ist, wir sind gar nicht so die Kaffeetrinker. Und jetzt haben wir eine Solis. Solis. Ja, aber es ist ja eine Siebträgermaschine. Aber Kaffeevollautomaten gehen auch. Also es geht nicht nur um die Petzmaschine, ne? So, Larik schreibt, die kommt auf den Wäscheständer und wird getrocknet. Gabi auch. Ja, Fußmatte über den Wäscheständer. Ja. Und das hab ich auch geschrieben. Die Frage war, darf die Fußmatte auch in den Trockner? Ey, wozu? Erstens zahlen wir jetzt sowieso viel zu viel Strom. Da muss der Trockner nicht extra laufen. Und ja, die geht abends nochmal im Kurzprogramm in die Waschmaschine. Waschmaschine, dann übers Räckchen am nächsten Tag ist die sauber, äh, trocken. Die ist ja, wenn du unsere Fußmatte von Jamako West, die ist nur noch so klamm, sagt man bei uns. Da tropft nix oder ähnliches. Also von daher, den Trockner würde ich mir sparen. Ansonsten geht es, wenn es denn bei reduzierter Temperatur ist. Und dafür stehe ich doch keinen Trockner an. Also ich nicht. Ne, nein. Aber jetzt muss ich gleich noch anstellen, weil ich die Handtische unten immer angestellt habe. Ihr Lieben, ich fand das super. Ein letztes Bild. Und das ist super wichtig. Der Dirk hat schon fast vergessen, es einzublenden. Wir neigen uns dem Jahresende zu. Also, Jamako verschickt noch, ich glaube sogar, bis einschließlich 21. oder ähnliches. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch mit den ganzen Paketen, die sonst DAL, Hermes und Co. Moment verschickt, ob dann dein Paket noch rechtzeitig vor Weihnachten ankommt, möchte ich und auch meine Kollegen auf Nummer sicher gehen. Wenn du noch etwas brauchst, ist am Sonntag 19 Uhr der letzte Bestelltag, wo ich garantieren kann, dass die Sachen noch vor Weihnachten da sind. Ich habe gerechnet. Nehme ich den 16., den 15., da ist aber der Donnerstag, dann habe ich vielleicht Montag, Dienstag die Ware und dann bis Freitag bei dir. Ja, ist echt, und ich warte jetzt noch auf Ware, die ich schon vor drei Tagen bestellt habe. Also, bitte, wenn du noch was brauchst, bis zum 11.12., sei es per E-Mail, anrufen, geht auch, oder über unseren Online-Shop. Also, ich hoffe, du hast einen Screenshot gemacht, Sonntag 19 Uhr, dann wird die Lieferung noch vor Weihnachten stattfinden. Ach Gott, ich kriege es nicht mehr hin. Jetzt ist es aber auch spät. Ich bin raus, ich beantworte aber gerne noch die Fragen. SU, noch an dich, bitte, schick mir mal eine Nachricht über die WhatsApp-Nummer. Schick sie nur noch mal rein, bitte. Ich kann im Nachhinein nicht über den Chat antworten, ich kann allerdings kommentieren unter dem Video. Am einfachsten ist, wir tauschen es hier drüber aus. Ich mache mich schlau, ich kenne Sensi-Beraterin, die frage ich. Ich habe da so mein Netzwerk. Nächste Woche Donnerstag, wir haben noch zwei Sendungen dieses Jahr. Ich freue mich, Leute. Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und nächste Woche auf jeden Fall wieder einschalten um 21 Uhr. Ich verspreche dir, es wird auch ein Thema sein, was wieder so interessant ist für dich. Und bis dahin wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim Putzen. Es soll ja schön werden, wenn der Dick wohl auskommt. Der Weihnachtsmann oder Christkind, whatever. Bleib gesund, bis nächste Woche. Deine Katrin. Tschüss.